Einrichter Löwe So und mit mir spielt die Matilda Genau So sieht's aus Ich will mir den Shotgun Laden hier angucken Ich hab auch Besuch bekommen Hier so ein Leuchtezombie hat's auch geschafft Ich hab hier überall so ein bisschen Ihr seht's da hinten, hier und da vorne So ein paar Löcher in die Decke geschlagen Damit ich schon mal von oben Die Zombies töten kann Aber die eine hat's geschafft So eine Seuchentante Apropos, ist die noch Shotgun geladen? Ja, hab ich geladen Und Das war ein bisschen überraschend Die hat mich auch gleich wieder kräftig verwundet Wo ist denn hier die Leiter? Ah, ich versuch nur auf die Leiter zu springen Wuii Okay, geht, 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 geht So Drin dürfte nicht so viel mehr los sein Weil ich da kräftig Alarm geschlagen habe Na ja Das muss ich überraschen Und was machst du, Matilda? Ja, ich werde mich heute auf eine kleine Schatzmiede Die lebt ja noch Da ist noch ein Leuchte-Zombie-Vieh drin Äh, genau Ich habe Wir haben ja eine Schatzkarte Die Der werde ich mal nachlesen Und dann werde ich einen Händler aufsuchen Und Ob der Gegebenenfalls Dingens für uns hat Wir heißen sie gleich Ähm Dingens halt Ja, komm Dingens und Bums Und jetzt gerade verteile ich noch ein paar Fackeln Weil das hier etwas düster alles ist Ich muss echt mal bald lernen, Strohzlinden-Munition zu machen Oh, hier liegt noch ein Ne, jetzt ein paar Papieren Das müsstest du doch eigentlich schon können Ja, dann muss ich es mal machen Ich glaube Ich meine, das ist bei Advanced Engineering Ist das dabei Nitrat ist, glaube ich, das Problem oder so Wir haben aber, glaube ich, eine ganze Menge Nitrat da Weil wir haben das bis jetzt doch für nichts benutzt Oh, die haben ja echt gut alles kaputtgeschlagen Ich muss jetzt kaum noch was öffnen, ja Oh, da höre ich doch schon wieder irgendwelche Arschlöcher Los, kommt her Matilda Smash War das bei dir oder bei mir? Kann sein, dass das bei mir war Ich habe hier gerade ein bisschen Ah, ich habe hier noch einen Dicken, der war Will nicht aufstehen, der Fettsack Boah, du sollst den Zombie schlagen und nicht die Erde Mann Okay, da macht nichts mehr Der eine zittert Ist ein Zitteraal Was warst du da in unserer Garage? Hier ist eine Schussbahn Die brauchen wir aber nicht Ein Schrot Ach komm, zerlegen wir gleich Das zerlegen wir ebenfalls Das auch Und das auch Ganz viele Fackeln Damit es hier schön hell ist Und wir werden in der nächsten Nacht auch alles schön ausgeleuchtet haben Ganz weit sehen Ja, Pistolen haben wir ja auch genug, ne? Totwerfen, damit wir können Pistolenhandel aufmachen Na, zerlege ich auch gleich Müssen wir raus So So, liegt noch kein Ruppet raus Also ist coole So, lesen Taylor, wo hast du denn was versteckt? Wo ist denn dein Schatz versteckt? Oh, ist dein Schatz versteckt, Taylor? Oh, nein Im Eisgebiet Na gut Aha, kriegst du kalte Füße Na gut Dann ist das so Oh, Schrot Level 3 Den nimm mal mit Scheiß Lederstieb Damit Oh, ja Oh, ich muss dich ja noch beteiligen Scheiße Hast du jetzt auch Moppet oder was? Ja Ey, wir sind voll die Biker Gang Wir brauchen einen coolen Biker Namen für unsere coole Biker Gang Zombies auf Bikes oder so Mach mal deine Überrasche zu Oh, hab ich dich offen gelassen Sehr nett von dir Ja Oh, yeah Cool Oh, diese Hupe Ja, passt nicht, ne? Überhaupt nicht Oh, eine Maschinenpistole Stufe 4 Die ist gut Endlich kann man sich ja mal mit vernünftigem Tempo voranbewegen, ey Das ist ein Gravedigger Oh, das verbessert die, die, die Schaufel Ah, die Schaufel, ne? Kann ich die gleich dran mutieren? Müsstest du über Modify Ja Yeah Ist das cool Juhu Da freut sich aber jemand Ja, das ist cool Ich hätte nur mal meinen Dings mitnehmen sollen Da heißt es gleich mal Mein Schraubenschlüssel Nein Ah, das ist echt schön, so ein Gebäude zu haben, wo keine Zombies mehr drin sind Weil wenn sie alle in der Nacht schon von oben getötet hat Das Schild, okay So, drückt mir mal die Daumen, dass ich mir nicht den Arsch übermäßig abfriere gleich Torat Mad Max Style Diese coolen Stacheln vorne dran Oh, hier ist kein Ausgang Boah, hat sich gelohnt So, Eisgebiet Here we are Ich bin ein Hauch voll, aber nur ein Hau Oh, hier ist so ein Mehrfamilien drunter aus Das haben wir uns auch noch nicht angeschaut Boah, wir haben uns einiges nicht angesehen, aber Oh, hallo Wolf At Mac Abweil Bei Ja Abweil Ah, falsch rum. Weil ich paranoik bin, nehme ich gleich mein liebes Moppet in die Hand und trage das mit mir rum. Dein Moppet? Ja, mein Motorrad. Das kann man auch einfach so ins Inventar packen, geil. So, aber erstmal muss ich diesen Vogel da. Auch hier habe ich das Gefühl, dass es hier gleich zu Ende ist. So unliebevoll gemacht, unliebevoll gestaltet. Oh, was ist denn hier hoch, ey? Boah, wir hätten diese Straße gebaut, ey. Ich komme nicht mehr hoch. Aber doch, ganz langsam. Oh, der Eis-Zommi hat was fallen lassen. Geld. Jawohl. So. Dich nehmen wir ins Inventar. Also wie vermutet, das nördliche Eisbiom ist das Lette-Ende. Also die Map kommt mir doch klein vor. So. Wollen wir jetzt mal im Schnee graben. Boah, geht das schnell. Das ist gut. Der ist ja nur Wasser, ne? Ja, ja. Ist mal eins. Ah, super, ich hab sie schon. Hast du einen Schatz gefunden. Yes. Weil hast du die Schatzkarte aus der normalen Truhe, oder hast du die selber gefunden? Ja, das war eine normale Schatzkarte. Ja, weil ich hab ja auch eine gefunden und abgelegt gehabt. Hm. Wollte wissen, ob das die war. So. Wahrscheinlich, ja. Achso, die hast du also nicht gefunden. Die hast, dann war es meine, okay. Genau. So, dann fahr ich jetzt mal zurück zu Brüder. Das ist jetzt schon so. So, okay. Mal gucken, was ich dann für unser Geld so bekomme. So, wo kommt das Muppet hier wieder hin? Ach, guck ich mir das Haus an? Komm. Guck mir das Haus mal an. Das sehen auf jeden Fall so cool aus. Weiß. Ja. Oh, das ist eine Schnelle. Hier war ja auch noch die Polizeistation, die haben wir uns noch gar nicht angeguckt. Boah, in der Polizeistation hat man uns schon angeguckt. Da war nichts drin, oder? Beim Stadion war einer. Sind wir nicht dann direkt ins Stadion gegangen? Nee, nee. Wir haben uns die angeguckt. Ja. So, dann sieht das scheiße aus. Okay. Ja, wie schnell man hier mal so große Distanzen mit dem Motorrad hinter sich bringt. Unglaublich. Auf zum Händler! Bitte hab... Dingsbums für mich. Dingsbums. Jagdmesser. Jetzt muss ich noch schnell zum anderen Händler fahren. Vielleicht hat der Jagdmesser. Ah, so ein Schraubplatz ist grauen. Das hab ich komplett drauf. Ich hab nämlich jetzt auch die ganzen Nagelzums, die wir hatten, hab ich jetzt auch nicht genommen. Ich weiß ja nicht, wie teuer so ein vernünftiges Jagdmesser ist, vorausgesetzt die haben sowas. Das ist aber wieder typisch. Der Mann ist unterwegs, arbeiten und die Frau gibt das ganze Geld aus. Ach, ich bin jetzt hier beim Stadion. Hier waren wir... Hier waren wir schon. Ja, ich hab dich vorhin auch auf der Garte gesehen. Und ganz viel von den Silber-Luggets und so hab ich ja auch gefunden. Ja. So. Oh ne, hier ist der Parkplatz. Hier wollen wir nicht hin. Ach, der hat natürlich keiner. Genau. Ach. Was ist denn sonst so schön was? Das Blöde. Hm. Na, hinterm Stadion ist nochmal ein Kindergarten. Da wird's bestimmt ganz tollen Loot geben. So, ich fahr jetzt nochmal zum anderen Händler. Oh, Riesenwolf. So, der andere Händler, der war da und... Der war ja... Der Riesenwolf war ja so groß wie ich auf dem Motorrad. Ui. So, auf zum nächsten Händler. Ah, hier ist auch schon Ende. Aber wenn ich langsam so die Karte betrachte, ne? Hm. Ist das grüne Biom das einzige, wo wir richtig spielen können. Sonst ist überall Ende. Hm. Also ich fahr jetzt nochmal das Eisgebiet komplett ab, aber... Im Eisgebiet gibt's ja kaum Häuser. Das ist genau wie im verbrannten Gebiet. Da gibt's ja kaum was. Hm. Ich hab eigentlich gehofft, dass wir hier irgendwie nochmal ein grünes Gebiet finden. Mit irgendwie tollen Gebäuden. Boah, ich nehm ja... Klatsch! Ich hab den nur mal ange... ...piekst und einen Schaden bekommen. An meinem Moped. Weil das war's mir wert. Räckiger Riesenwolf. So, an der Polizei vorbei. So, hier ist jetzt da die Horrorfarm. Oh, auch ein Riesenwolf. Den leg ich mich jetzt aber nicht an. Den leg ich mich jetzt aber nicht an. Mal gucken, was es hier für ein Gebäude gibt. Nächste Straße links abbiegen. Normales Wohnhaus haut mich jetzt nicht um. Und links abbiegen. Und wie war ich hier gestern erst? Ist aber egal. Hm. Hm. Irgendwie ein bisschen enttäuschend, find ich. Also das ist die alte Map, ne? Oder generell die, ähm... Ja, wir hatten ja eine zufällig generierte das letzte Mal. Ja, die zufällig generierte war ja riesig. Aber ich glaube auch die fertige Spielwelt, also die alte war größer. Ich glaube auch. Oh, hier ist ein guter Vogel. Weil man hat mehr als nur ein grünes Biom gefunden. Ja. So. Hallo, Trader Wreckt. Can I see your inventory? Oh, auch nicht. Oh, ihr Arschlöcher. Hehehe. Wildschwein überfahren. Mhm. Schön. Keiner hat hier nen Dingsbums. Was hast du nen Bücher? Was schweigen denn immer? Toi. Hast du irgendwelche Jobs für mich? Dingsbums. Oertzumbreche. Oder kriegst du nicht? Quier Zombies. Ähm... ... ... ... ... Ich hab Matilda jetzt ins Westen gut. Oh, ich hab hier im Eisgebiet noch ne Stadt gefunden. Hm. Peeristen oder sowas? Mit Riesenwolf? Hi. Oh. Hübsche Eten hier. Sollten wir uns das vielleicht morgen mal anschauen. Oh, in der Stadt waren wir aber schon mal. Sicher? Ja, das ist die Stadt mit der Kathedrale des Nordens. Ah. Schade, ich dachte, ich hab was Neues entdeckt. Tut mir leid. Ja gut, dann... Also hier gibt's aber schöne Gebäude, muss ich ehrlich sagen. Hier hab ich so noch nicht gesehen. Ja, wir sollten uns vielleicht einfach nochmal anschauen, diese Stadt. Glaub ich auch. Aber schönes Moped. Könnt auch mal hier einen Tag rüber, wenn wir nicht voll sind, übernachten. Können wir ja am Tag 47, also morgen dann gehen. Ja, aber ich hab jetzt schon Kälte in die Nase voll, ich komm nach Hause. Mhm. Mhm. Stimmt, die Kathedrale war ja auch kaputt, oder? Mhm. Okay, da war grad ein Zombiebär. Goodbye. Ach, endlich wieder grünes Biom. Nicht mehr frieren. Ich werde gleich schwitzen. Ach, ich hätte ja abbiegen müssen. Wo kam man nochmal an Ölschiefer ran, weißt das noch? Äh, hat man gefunden? Wofür brauchst du denn den Ölschiefer? Ja, falls wir mal keinen Sprit mehr haben. Activate Rally Point. Weil die Autos wachsen ja nicht nach, wenn man sie ernten, weißt du? Hm. Ja, kommt raus jetzt. Kommt her, kommt her. Ja, ich bin hot, ich weiß. Oh, danke. Boah, triff doch mal. Ach, du bist doch nicht tot. Hm. Ich glaube schon. Aber bestimmt noch nicht das zweite Mal gestorben. Daheim. Hey. Und da gleich so eine Kreisstande. Ah, hab ich die getötet? Hab ich die mitgenommen? Kommt. 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 Eilen den Kopf ein, ihr kleinen Pisser. Oh, hat keine Verstärkung geholt? Hm. Wie ungewöhnlich. Oh, triff doch mal. So, du bist der letzte, der mir fehlt. Halt. Machen wir mal die Tür dazu. Ey. Oh, 77 Fleisch hab ich gefunden. Oder mitgenommen. Warum auch immer. Wie lange ich bin hier. Hier. Clear Areas? Also mehr als eine Area? Hm. Ne, weiter hier. Hm. Ich muss erstmal ein bisschen was ablegen. Pussy, du hast mich erschreckt. Ja, du bist durstig. Durstigkeit. Mache ich, mache ich. Gut. Also weiter in diesem Haus. Das ist ein bisschen was. Das muss ich in diesem Hausibr幅 aber auch so. Die Faust wird verpasst. Entscheidbar ist Meinde. Ich bin. Ich bin hier支撃st. Ja. Du hast es. Du hast es. Was ist denn? Ah, ich kann hier bestimmt nach oben noch klettern, das war's. Wuhuhu, aua. Oh. Jo, hier ist noch was. Ah, Vögel. Ich hasse Vögel. Stopp. Wer hasst die nicht? Vor allem wenn sie noch spucken, ey. So. Sie sind aber tot. Jetzt zurück zum Händler. Wo hat sie sich denn hingelegt? Ja. Denk dran, du hast ein paar wunderschöne neue Werkzeuge in der... Ach nee, in der... Da in der Truhe ganz links. In welcher Truhe? Da in den Schränken, bei den Fenstern. Ganz links. Okay. Ich bin gerade mutig, ich fahre mit meinem Motorrad querfeldein. Coole Biker-Tour. Yeah. Doink. 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 So, dann will ich mal meine Belohnung haben. Gib mir mal eine Belohnung. Eisenverstärkter Knüppel oder ein Eisenbrustpanzer? Ehrlich? Ernsthaft? Du bist doch nur am Meckern. Ja, der hätte mir ja auch mal so ein Dings geben können hier. Äh... Ein, äh... Ich weiß gleich, Erdbohrer oder eine Motorsäge. Erdbohrer, das wäre wirklich gut gewesen, ja. Erdbohrer oder eine Motorsäge, das wäre doch nice. So, ich komm jetzt nach Hause. Dann war's doch alles so. Dann war's doch alles so. Das war's. Und? Hast du ein schönes Werkzeug schon gefunden? Nö, ich hab ja gerade was gesehen, was kaputt war. Das hab ich erstmal repariert. Und jetzt hab ich mein Vehicle erstmal entladen und jetzt gehen wir wieder zurück ins Haus. Und dann ist der Tag schon wieder fast rum und ja. Also ich hoffe gegen, dass wir in südlicher Richtung nochmal was finden. Dass wir vielleicht auch einfach nur am nördlichsten Punkt sind, weißt du, von der Map? Ja, wir haben ja nach dem Süden auch schon mal das Ende gefunden. Glaube ich, oder? Nee, es war ja nur das Seuchengebiet. Ich bin nicht tiefer gefahren. Stimmt. Ah, doch, doch. Hier zeigt er mir noch mein Motorbike, mein Vehicle-Mini-Bike, was ich verloren habe auf der Karte. Ja, das wird bei mir ja auch schon seit Ewigkeiten angezeigt. Okay. Aber da bin ich nicht tiefer gefahren. Ja, ich bin aber einmal bis zum Ende gefahren. Also haben wir wirklich nur diese paar Biome. Hm. Das ist ein bisschen blöd. Ja, es ist wirklich blöd, weil... Das Erkunden macht mir immer Spaß und es gab ja auch immer interessante Gebäude, so ist es ja nicht. Hm. Ja. 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 Oh, bist du auch da? Ach, so wollte ich das ja noch entklären... Naja, unsere Fallen wollten wir ja auch noch weiter ausbauen. Ja... Ich kann keine Fallen bauen, die musst du bauen. Ich kann nur Stachel, Bart und Spitzen machen. Die Flap, Flap, Flap fallen musst du machen. Hier dann rein, meine Güte. Ach... Ja, hallo Katze. Hallo, lieber Heinrich. Hi. Hm... Da höre ich doch schon wieder was draußen. Da ist sie. Oh, ich treffe nicht. Kann das wahr sein? Na siehste. Wo gerade rauskommen. Ich hab's noch geschafft. So. Okay. Ja, ich glaub ich mach jetzt auch nix mehr. Nöö. Tare so gut wie rum. Ja. Warten nur noch auf die Nacht und dann mal gucken, was wir am nächsten Tag machen. Ja. Ja. Wie gesagt, wir könnten uns ja eigentlich diese Stadt nochmal... Die Stadt im Schneegebiet dann, ne? Ja, da meintest du ja, dass da irgendwie so ein paar interessante... Was ist denn hier? Ding ist warm. Ding ist warm. Ding ist warm. Ja. Ähm... Wo waren denn die anderen Werkzeuge? Ähm... Nein. 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 Das könnte ich jetzt mal schicken. Nein. Du hast nur einen Schraubenschlüssel gemacht, ne? Ähm... Ich habe... Oh. Spitzhacke. Feuerwehr-Axt. Schofel. Schofel hat er schon. Aber Spitzhacke ist schon mal geil. Ja. Ja. Also äh... Ich wollte jetzt so schlecht beenden. Also wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst doch gerne mal ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Tschüss. Jetzt schmeiße ich meine Waffe weg hier.